Ganzheitliche Massage So lautet der Titel eines Seminars und auch einer Ausbildung bei Yoga Vidya. Ganzheitliche Massage ist eine Massage, die Körper, Energien, Emotionen, Geist berücksichtigt und auch eine spirituelle Dimension hat. Mensch ist eben nicht nur Körper. Es gilt nicht nur Muskeln zu drücken, um Verspannungen zu lösen. Sondern der Mensch hat auch Energiekanäle, der Mensch hat Chakras, Energiezentren. Die ganzheitliche Massage muss auf der einen Seite gut sein, um Verspannungen zu lösen. Auf der anderen Seite muss sie gut sein, dass die Nadis die Energiekanäle sich öffnen, Energieblockaden beseitigt werden und dass auch die Chakras sich öffnen. Im Ayurveda kennt man auch die Marmas, die den Akupunkturpunkten, den Akupressurregionen in der chinesischen Massage wie auch in der japanischen Shiatsu-Massage entsprechen. Diese gilt es auch zu berücksichtigen. Dann gilt es auch zu berücksichtigen, dass der Mensch ein Lebewesen ist, das gerne Berührung hat. Man weiß zum Beispiel, dass es bestimmte Sinnesrezeptoren gibt, die dafür sorgen, dass der Mensch sich wohlfühlt, wenn man mit einer Geschwindigkeit von 30 cm pro Sekunde über die Haut hinunterstreift. Wenn du also eine ganzheitliche Massage bekommst, zusätzlich zu vielleicht der Walkmassage, Petrisage und so weiter, was die Muskeln entspannt, zusätzlich brauchst du auch die Druckmassage, um die Akupunkturpunkte, die Marmas zu öffnen, aber zusätzlich brauchst du auch ein sanftes Streicheln, damit Körper und Psyche sich wohlfühlen. Zur ganzheitlichen Massage gehört dann auch dazu, dass der Massagetherapeut eine Herz-zu-Herz-Verbindung aufnimmt, dass irgendwo eine menschliche Liebe da ist, ohne dass sie sexuell werden darf. Das ist manchmal die Gefahr bei der ganzheitlichen Massage, weil die Energieverbindung sehr stark wird. Auch das gilt es zu beachten. Aber diese emotionale Verbindung, diese Herzensverbindung, dass der Andere, die Andere, also der Massierte, sich wirklich angenommen fühlt, gesehen fühlt. Schließlich gehört zur ganzheitlichen Massage auch dazu, dass der Masseur, die Masseurin, sich öffnet für ein göttliches Verlichtenergie. Zur ganzheitlichen Massage gehört auch, vor der Massage ein Mantra zu wiederholen oder ein Gebet zu sprechen oder einfach in die Stille zu gehen. Oder vielleicht am Anfang eine CD ein paar Minuten zu lauschen. Obgleich ich dann während der Massage entweder nur ruhige Musik anmachen würde oder im Schweigen bin, dass es eben nicht abgelenkt wird. Für die ganzheitliche Massage wäre es dann auch essentiell, dass man sich nicht über anderes unterhält, sondern es die Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt ist. Und so kann die ganzheitliche Massage ein spirituelles Erlebnis werden, eine energetische Öffnung, eine emotional- und psychische Heilung und eine körperliche Entspannung. Wenn Du mehr wissen willst über ganzheitliche Massagen, wo Du die genießen kannst, dann geh auf unsere Internetseite yoga-vidya.de und gib dort ein ganzheitliche Massage oder einfach Massage. Die Massagen bei Yoga-vidya sind typischerweise immer ganzheitlich. Das ist ein ganzheitlich. Das ist ein ganzheitlich.